Ja und herzlich willkommen zu Anglefoot. Weiter geht's mit dem längsten Level hier beim grauen Turmen. Gib Gas. Schliess das Level ab. Schliess das immer von Never. Ohne ein Gegner zu töten. Mal schauen. Was? Hä? What the hell? Was läuft denn hier jetzt bitte plötzlich? Wahrscheinlich sind wir auf dem Weg zum Turmen. Okay, dann habe ich wahrscheinlich leider doch ein paar Skelette übersehen. Ich glaube nicht, dass wir hier Skelette finden. Ich war gerade zurück. Was für ein Bibeltraum. Ich glaube sterben können wir hier unten nicht dann bitte. Also. Du gehst da die Treppe hoch? Was ist das? Okay. Wir mussten sogar die Treppe hoch, ja. What the fuck? Aber da oben sind... Da unten waren noch ein paar. So, die nicht vielleicht kommen. Hä? Okay, wir werden hier nicht 100% schaffen. Wie es aussieht. Weder ein paar verpasst haben. Das ist so weird. Und das wird eigentlich mit den Füssen hier steuern. Wie ist das? 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 Ich bin... Wie ist das? 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 Das ist ein Direktet. Ich glaub's. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ah, es ist toll. Irgendwo lebt man reine, nicht mindestens. Man kann gar nicht rechts links schauen. Ok, ich glaube das ist der Turm. Boah, war das doof. Ja, wir haben nicht alle gesehen, also nicht alle erwischt. Weil da oben ein paar im Fenster waren, ich weiss nicht wie man die hätte erwischten sollen. Naja, weiter gehts, komm. Level 2, der graue Turm. Innerhalb von einer Minute weiss ich ab. Ich schiesse den Level mit folgenden Schuhen ab Zeitstoppel. Ich glaube die H-Aponie beim Eintreten von Türen wird die Zeit extrem verlangsamt. Können wir gerne mal ausprobieren? Okay, wir müssen das mit Shift machen, damit die Zeit langsam wird. So ein bisschen. A la... Makes pain. Nice. Nicht so nice. Nicht so nice. Gut, müsste man wissen. Ja, ein Headshot mit dem Schloss drin und ich bin weg. Ich glaube, das muss ein bisschen verschießen. So. Okay. Okay. Vielleicht treffen wir ja hier doch noch auf. Oh shit. Auf den letzten Skelettern würde ich gerade sagen. Die uns feiern glaube ich ungefähr fünf Stück. Okay. Among Us Figuren. Oh shit. Schnell mal zurück. Fuck. Die Waffe war leer. Okay. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Nächste Hälfte Ist das alles ein? Weitlich. Nichts. 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 Wann das andere? Nichts. 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 Liebe diastische Luftflinte. Die ist leer. Die ist auch leer. Die ist leer. Die ist noch vor. Ok. Kurz orientieren. Gut. Shit. Die ist auch leer. Die ist auch leer. Shit. Boah, es wird hart. Es wird hart. Die Schuhe sind zwar nice, aber... ...trotzdem... ...schwierig das Ganze... ...zu machen. ...ohne dass uns was... ...durch die Flöten geht. Das sind halt so unglaublich viele. ...schwierig das. ...schwierig das. ...schwierig das. ...schwierig das... ...schwierig das. Solange es ja nur die sind, sollte sie das eigentlich wohl kommen gehen. Das war risky, aber ging. Die Waffe ist leer. Ich hoffe, da oben ist kein Skelett. Ich glaube, wir werden das Skelett nicht mehr finden, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht doch... 16.50. Hmm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Äh. Hm. Okay, ich hab ihn zuerst hier. Oh, shit. Die sind immer so nervig, die Tauben. Okay. Ich glaube, das war's. 78 Gegner. 2 Sterne, nice. 12 Sterne werden mich hier nicht erreichen, das kann ich euch sagen. Randale im Rathaus. Speedrun, zünde 50 Schläger an. Warte kurz. Ich kann das bei ihm ablegen, zu welchen Waffen fangen. Das finde ich noch gut. Könnten wir kurz ausprobieren. No, eigentlich wäre es schon wieder Zeit für... Sonst wird es wieder zu lang. Wir machen mit uns Schluss für diese Folge. Und sehen uns in der nächsten Folge bei Level 3. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Engelfurth. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.